Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Sitzung fortfahren. Ich rufe Tagesordnungspunkt 35 auf. Vielleicht mache ich dann doch erst noch die Ankündigung. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Anpassung des Landesblindengelds in Hessen schnell umsetzen, des Landesblindengelds als zusätzliche Unterstützung zum Bundesteilhabegesetzes Drucksache 19-5308 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 75 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 14 und 54 zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiter eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung Drucksache 19-5309 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 76 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 35 und 73 zu diesem Thema aufgerufen werden. So machen wir das. Nun rufe ich auf Tagesordnungspunkt 35, Antrag der Fraktion der FDP betreffend keine EEG-Subventionen für neue Windenergieanlagen, Klimaschutz günstiger realisieren. Drucksache 19-4897 wird aufgerufen mit Tagesordnungspunkt 73, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP. Betreffend Bürgerwille endlich achten. Windkraftausbau stoppen. Drucksache 19-5305 wird aufgerufen mit Tagesordnungspunkt 76, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung Drucksache 19-5309. Die vereinbarte Redezeit beträgt zehn Minuten. Als erster Redner spricht Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute die Energiepolitik auf die Tagesordnung gesetzt. Sie wissen, die Haltung der Freien Demokraten zur Energiepolitik, ganz speziell auch zum Ausbau der Windkraft in unseren hessischen Wäldern, ist hier eine besondere im Hessischen Landtag, weil wir die Einzigen sind, die das hier ablehnen. Sie wissen auch, dass wir hervorragende Argumente dafür haben, dass wir diese falsche Energiepolitik ablehnen. Ich will sie Ihnen noch einmal erläutern. Sie wissen, dass wir mittlerweile rund 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland errichtet haben. Herr Wirtschaftsminister, auch wenn Sie wissen, dass ich der Meinung bin, dass er das Thema Wirtschaft nicht im Fokus seiner Tätigkeit hat, hat das bejubelt, dass wir jetzt 1.000 Windkraftanlagen in Hessen errichtet haben. 80 % dieser Anlagen stehen in unseren Wäldern und zerstören unsere Landschaft und unsere Natur. Was bringen diese 30.000 Anlagen? Wenn der Wind weht, wissen wir nicht, wohin mit dem Strom. Wenn der Wind nicht weht, dann müssen eben die Kohlekraftwerke wieder ran. Jedes weitere Windrad, das wir bauen, vor allem auch hier in Hessen, verschlimmert nur die Situation. Jetzt könnten Sie sagen, wir machen das für den Klimaschutz. Jeder, der die Feinheiten der Klimapolitik in Europa kennt, weiß, dass wir einen CO2-Deckel haben. Er weiß ganz genau, dass in Europa der CO2-Ausstoß gedeckelt ist. Also tragen diese Anlagen europaweit nicht zu einer Verbesserung des Klimaschutzes bei. Alle Fachleute erklären uns auch immer, dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz, die grüne Energiepolitik in Deutschland, den Klimaschutz einfach nur teurer. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Jetzt hätte vielleicht irgendjemand hier einmal argumentieren können, ja, aber vielleicht in Deutschland gibt es eine Tonne CO2 weniger Ausstoß. Aber Sie wissen auch, der CO2-Ausstoß in Deutschland stagniert, und zum Teil steigt er sogar wieder, und das natürlich wegen der Systematik des EEG. Die effizientesten Gaskraftwerke gehen vom Netz, und die Braunkohle läuft weiter, sogar real in Deutschland selbst erzielen Sie mit diesen irrsinnigen Subventionen von 25 Milliarden € keinerlei Klimaschutzeffekte mehr. Darum muss diese Politik beendet werden. Das sind aber die Themen, die Sie von uns kennen. Das ist das, was Sie wissen, dass wir es hier vertreten. Aber es gibt zwei weitere Aspekte, die ich heute ganz besonders in den Fokus stellen möchte. Das eine ist in einem Antrag niedergelegt, der Ihnen vorliegt. Dort ist eine Position dargelegt, die sich mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz beschäftigt, dieser Subventionsmaschine, die verantwortlich ist für diese Fehlleitung von 25 Milliarden € im Jahr künftig. Dieser Antrag ist nichts anderes als die Beschlussfassung im Kern, den die CDU in Hessen beschlossen hat. Die CDU in Hessen hat beschlossen, sie möchte sich vom EEG verabschieden. Sie hat dafür gute Argumente, nämlich genau das, was ich eben vorgetragen habe. Jetzt ist es nun einmal so, dass es eine Personenidentität gibt. Ich will jetzt nicht von jedem einzelnen Abgeordneten sprechen, der vielleicht hier im Landesvorstand sitzt. Aber der Landesvorsitzende der CDU in Hessen ist auch Ministerpräsident des Landes Hessen. Ich habe vorgestern in der Zeitung gelesen, er ist auch der Bestimmer in Hessen. Darum haben wir uns natürlich gefragt. Herr Boddenberg, das hat uns gar nicht gefallen. Wir fanden das eher ziemlich deplatziert in der Debatte, in der wir uns zurzeit befinden. Darum wollen wir erst einmal wissen, wenn Sie über diesen Antrag abstimmen, ist die CDU in Hessen der Bestimmer, und wer ist Volker Bouffier? Ist er Landesvorsitzender und gegen das Erneuerbare-Energien-Gesetz, oder ist er Ministerpräsident des Landes Hessen und stimmt hier für die Beibehaltung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes? Wenn wir heute Morgen über die Glaubwürdigkeit von Politik gesprochen haben, dann muss man sich an die eigene Nase fassen. Man kann nicht als Landesvorsitzender dagegen sein und als Ministerpräsident dafür sein. Was soll das? Was sollen diese Botschaften? Sagen Sie, wofür sie sind. Dann haben wir einen zweiten Bereich. Der geht auch in den Kernbereich hinein, der den Ministerpräsidenten direkt betrifft. Im letzten Wahlkampf haben die Energiepolitik und die Windräder eine Rolle gespielt. Da war auch nicht klar, dass Schwarz-Grün herauskommt. Da habe ich hier vom Schlossplatz gestanden mit Florian Rentsch, René Rock, Bürgerinitiativen, und da war der heutige Innenminister Beuth dabei. Er stand auf demselben Podest, auf dem ich auch stand. Der heutige Minister Beuth hat aus meiner Sicht sehr kluge Worte zur Windkraft gefunden. Er hat sie nämlich abgelehnt. Heute gehört er einer Regierung an, die diese Windkraft durchsetzt, und zwar mit hessischer Polizei, für die er jetzt die Verantwortung trägt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Herr Beuth stand vor der Wahl, vor dem Hessischen Landtag und sprach gegen die Windkraftanlagen, und heute lässt er sie mit seiner Polizei durchsetzen. Das ist eine Erkenntnis, die man den Bürgerinnen und Bürgern nicht vorenhalten darf. Darum will ich jetzt aber zu dem Ministerpräsidenten noch einmal kommen. Der Ministerpräsident des Landes Hessen hat vor der – – Ja, bitte, Herr Wagner, gerne. – Entschuldigung, Frau Präsidentin. Einen Moment, da habe ich auch noch etwas mitzureden. Aber Sie lassen Herrn Wagner das Wort zu. Herr Rock, ist es denn nicht richtig, dass die Grundlagen für den Ausbau der Windkraftanlagen von Ihrem früheren Minister Florian Rentsch unterschrieben sind und, wenn Sie anderen hier Wendigkeit vorwerfen, Sie sich am ehesten einmal an Ihre eigene Nase fassen müssten? Herr Wagner, Sie wissen doch ganz genau, dass Sie diejenigen waren, die uns erklärt haben, das wäre noch viel zu schlimm, das würde die Energiewende verhindern. Wir haben unsere Lehren nach Fukushima gezogen. Wir haben uns hier positioniert. Wir haben Parteitagsbeschlüsse getroffen. Wir haben uns klar gesagt, das war ein Fehler. Das wollen wir so nicht mehr. Wir haben uns da neu aufgestellt. Das haben wir den Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung gestellt. Dafür bekommen wir ihm auch Stimmen. Bei uns weiß man, für was wir heute stehen. Bei der CDU weiß ich nicht, für was sie heute steht. Sie steht in Wiesbaden für die Windräder. Ich weiß nicht, wo Sie damals im Landesvorstand getagt haben. Da sind Sie dagegen. Das wollen wir heute wissen. Stimmen Sie unseren Antrag zu, die Unionskollegen, dann wissen wir, ob Sie für das Erneuerbare-Energie-Gesetz oder dagegen sind. Das ist wichtig. Aber für mich ist noch einmal ganz wichtig, die Frage der Akzeptanz dieser Politik noch. Welche Akzeptanz hat Ihre Politik noch in der Bevölkerung? Herr Wagner, ich erinnere mich, eine ganz intensive Debatte hier immer geführt zu haben. Das Wichtigste ist die Akzeptanz der Energiewende. Sie geben für eine Akzeptanzkampagne richtig viel Geld aus. Die Wahrhaftigkeit der Daten, die Sie dort berichten, kriege ich immer Rückmeldungen, ob das alles so ist, wie Sie es in Ihrer Akzeptanzkampagne erzählen. Aber eines kann man feststellen. Ihre Ignoranz der Bürger vor Ort. Sie ignorieren die Befindlichkeiten, die Ängste und die Bedürfnisse der Bürger vor Ort. Das ist mittlerweile so sehr eskaliert. Sie erinnern Sie sich heute Morgen an die Debatte, die wir geführt haben. Wie lange kann man die Bürger vor Ort ignorieren, bis es einem auf die Füße fällt, liebe Kollegen von der GRÜNEN? Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wir ignorieren niemanden, das wissen Sie auch. Natürlich. Wir ignorieren niemanden, das wissen Sie auch. Ich würde eine Vorhaltung machen, dass ich fälschlicherweise behaupten würde, Sie hören nicht wirklich zu. Einfach einmal hier vorkommen und klarstellen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Wie weit ist es jetzt mit der Akzeptanz der Energiewende gekommen? Wie weit ist es am 13. Februar gekommen? Die hessische Bereitschaftspolizei in Waldmischelbach und am 5. September erneut die hessische Bereitschaftspolizei gekommen? Wir haben auch ein Foto erhalten, da war sogar in Bereitschaft ein Radpanzer vorgefahren. Ich muss ehrlich sagen, die Verhältnismäßigkeit oder den Eindruck der Bürgerinnen und Bürger haben, wenn der Staat so auftritt. Vielleicht kann der Innenminister sagen, da gab es Gewalttaten. Dann entschuldige ich mich, wenn der Innenminister erklärt, warum er in der Art und Weise auftreten muss. Dann werde ich mich hier sofort entschuldigen, wenn Sie mir sagen können, dass die Windkraftgegner an der Stelle womöglich ein Gewaltpotenzial haben. Wenn Sie das hier vortragen und belegen können, dann sage ich, okay, dann hat das alles Sinn von mir aus. Aber Sie müssen doch erkennen, dass Ihre Politik mittlerweile auf massiven Widerstand bei der Bürgerschaft trifft. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, wir haben jetzt eine Bundestagswahl hinter uns. Sie haben Ihre Energiepolitik in den Fokus allen gestellt, für das Sie stehen. Das war Ihr größtes Aushängeschild. Sie sind die kleinste Fraktion in den Deutschen Bundestag geworden. Vielleicht überlegen Sie einmal, ob das nicht auch daran liegt, dass Sie mittlerweile die Bürger vor Ort einfach ignorieren und Ihrer Ideologie unterordnen. Machen Sie die Augen auf, nehmen Sie die Bürger ernst, und dann wird es auch wieder besser für Sie. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rock. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Dorn von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir waren alle sehr gespannt auf Ihren Redebeitrag nach der Bundestagswahl. Herr Lindner will gerade Ihre Kollegen nach Jamaika führen. Wie reden Sie jetzt eigentlich zum Thema Energiewende? Wie reden Sie eigentlich zu Windrädern? Der Minister hat uns in der Fraktion gesagt, das sind irgendwann einmal Ihre möglicherweise. Wie positionieren Sie sich denn? Sie waren jetzt lange Zeit Protestpartei. Sie haben das auch ganz deutlich gemacht. Sie haben dieses Thema gewechselt, weil Sie dafür mehr Stimmen bekommen wollen. Ich weiß nicht, ob es so viel Ehrlichkeit im Landtag immer gut tut, wenn die Menschen merken, dass sie das eigentlich machen, um mehr Stimmen zu bekommen, Herr Rock. Aber so haben Sie es gerade gesagt. Wenn Sie wirklich von einer Protestpartei in eine Gestaltungspartei umändern wollen, Herr Kollege Rock, dann sollten Sie vielleicht einmal abrüsten. Das würde Ihnen bei diesem Thema einmal ganz guttun. Der erste Punkt ist, ob Sie eigentlich die ewigen Vertreter der alten Energiewirtschaft sein wollen. Wollen Sie doch nicht einmal langsam abrüsten? Die alte Energiewirtschaft, die großen Energiekonzerne Kohlekraft, ist das wirklich für die FDP ein Zukunftsmarkt? Ist das wirklich so? Sie haben doch immer auf Ihre allen Plakate geschrieben, denken wir neu. Das würde ich mir von Ihnen einmal wünschen. Denken Sie doch einmal neu. Wollen Sie wirklich auf der Seite der Kohlekraft stehen, Herr Kollege Rock? Deutschland ist eines von fünf Ländern in Europa, die die Klimaschutzziele nicht einhalten werden. Beim Thema erneuerbare Energien weltweit haben wir Rekordinvestitionen, viel stärker als bei Kohlekraft. Was passiert in Deutschland, Herr Rock? 43 % Markteinbruch. Was fordern Sie jetzt? Sie fordern, dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz abgeschafft werden soll. Wollen Sie wirklich, dass wir ökonomisch den Anschluss an die Weltspitze verpassen, dass Sie ökologisch nicht auf unserer Seite sind? Das ist schlimm genug. Aber dass Sie ökonomisch nicht einmal das Potenzial als Liberale sehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Immer wieder das Gleiche. Sie machen das Erneuerbare-Energien-Gesetz schlecht. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist ein Exportschlager weltweit. Da haben ganz viele Länder übernommen. Wir haben selbst nicht als GRÜNE gedacht, dass es die erneuerbaren Energien so schnell voranbringt, dass wir so effizienter sind. Wenn man sich heute die Anlagen für erneuerbare Energien anschaut, Herr Kollege Rock, mittlerweile sind die neuen Energieanlagen für Photovoltaik und Windkraft günstiger als neue Kohlekraftwerke. Sie müssen sich einmal mit der Materie so auseinandersetzen. Dann merken Sie auch, das war ein hocheffizientes Instrument. Das ist ein hocheffizientes Instrument. Herr Kollege Rock, es gibt keinen Grund, das jetzt zu beenden. Sie haben über die Akzeptanz gesprochen. Das war gerade nicht ganz besonders interessant. Beim Thema Atomenergie haben die Liberalen nie über die Akzeptanz gesprochen. Die große Mehrheit in diesem Land hat sich damals den Ausstieg aus der Atomenergie gewünscht und den Einstieg in den erneuerbaren Energien. So kam es dann endlich nach Fukushima. Wir hätten das nicht gebraucht. Es gibt im Moment immerhin eine riesengroße Mehrheit. Alle Umfragen zeigen, dass die für den Ausbau von erneuerbaren Energien stehen, auch für den Ausbau von Windkraft und auch vor Ort. Herr Kollege Rock, Sie reden für eine kleine Minderheit in diesem Land und nicht für die Mehrheit. Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD und der SPD Noch einmal ein Punkt zum Abrüsten. Sie haben in Ihrem Antrag wieder ein paar Thesen vertreten. Sie verkürzen Sachverhalte immer so stark, bis irgendwann am Ende etwas Falsches herauskommt. Ihre erste These ist, wenn wir das EEG jetzt abschaffen, so wie es ist, dann werden die Strompreise günstiger. Also für alle neuen Energieanlagen. Herr Kollege Rock, Sie schreiben aber nicht, dass das Problem, wenn es existiert, die alten Anlagen sind, Die neuen, das habe ich gerade schon dargestellt, sind die günstigen. Das heißt, Sie könnten nur ein EEG so abschaffen, dass es die neuen Anlagen betrifft, und die ganzen alten Anlagen und Verpflichtungen hätten Sie noch mit drin. Der zweite Punkt ist, selbst wenn man jetzt überlegen würde, für die neuen Anlagen, so wie Sie es schreiben, das zu machen, gibt es Vertrauensschutz. Wer sagt Ihnen rechtlich, dass das überhaupt möglich ist? Sie bestreuen den Menschen Sand in die Augen, wenn Sie so tun, als ob Sie einfach jetzt von heute auf morgen das EEG abschaffen können. Sie stellen jetzt kurz davor, in der Bundesregierung möglicherweise Verantwortung zu übernehmen. Da können Sie doch nicht Anträge stellen, die hinten und vorne gar nicht gehen, Herr Kollege Rock. Der zweite Punkt ist, Sie sagen immer wieder, Kohlekraft wäre günstiger für Industrie, für Verbraucher. Wir haben es damals beim Erneuerbaren-Energien-Gesetz so gemacht, dass wir es transparent gemacht haben. Die Bürgerinnen und Bürger sehen aus ihrer Stromrechnung, was der Ausbau für erneuerbare Energien kostet. Was damals aber nicht gemacht worden ist, ist transparent zu machen, was eigentlich Kohle kostet. Herr Kollege Rock, Sie haben ganz richtig geschrieben. In Ihrem Antrag wurde 25 Milliarden € für den Ausbau der erneuerbaren Energien im EEG ausgegeben. Was aber Tatsache ist, und da zitiere ich nicht die GRÜNEN, sondern den Internationalen Währungsfonds. Ich glaube, da müssten wir uns einig sein, dass die Dinge aufschreiben, die auch richtig sind und gut fundiert sind. Deutsche Subventionen lagen bei 49,2 Milliarden € für fossile Energien. Das ist fast doppelt so hoch wie für erneuerbare Energien in Deutschland. Kohlekraft ist nicht günstiger als erneuerbare Energien. Das ist einfach unwahr. Das einzige Problem ist, dass es innerhalb der Steuern gemacht wurde, dass es nicht auf dem Strompreis ist. Die Verbraucher haben trotzdem das Gleiche bezahlt, und zwar doppelt so viel. Herr Rock, Ihr Vorschlag würde erstens nichts viel bringen. Er wäre für die Energiewende absolut problematisch. Sie würden die erneuerbaren Energien jetzt auf einen Wettbewerb bringen, der überhaupt nicht fair wäre. Ich habe es gerade gesagt. Stellen Sie sich einen Marathonläufer vor. Die behäbigen Kohlekraftwerke wurden ganz früh an den Start gebracht, gut versorgt mit Wasser und Nährstoffen. Irgendwann wurden die erneuerbaren Energien auch einmal reingelassen zum Marathonlauf und mussten sozusagen nachholen. Kurz vor knapp, wo gerade der sportliche erneuerbare-Energien-Marathonläufer den Kohlekraft hinterherkommt, wollen Sie ihn bis Wasser entziehen. Das macht doch keinen Sinn, das ist doch kein Wettbewerb, was Sie hier tun. Der dritte Punkt, den Sie immer wieder behaupten, das Erneuerbare-Energien-Gesetz würde wegen dem CO2-Deckel nicht für Klimaschutz bringen. Zum einen würde erneuerbare Energien einen Ersatz für Kohlekraftwerke bieten und würde natürlich den CO2-Deckel. Mit dem kann man den Deckel absenken. Ohne erneuerbare Energienanlagen kann man den Deckel nicht absenken. Dass Sie gerade immer wieder den Emissionshandel kritisieren, in der letzten schwarz-gelben Bundesregierung waren Sie es, Sie den Zertifikatehandel auf EU-Ebene nicht modernisieren wollten. Sie haben es blockiert. Damals war die CDU dafür, Sie waren dagegen, und deswegen konnte in Deutschland in Europa eben nicht die Stimme erhoben werden, dass endlich ein gescheiter Zertifikatehandel herauskommt. Dass Sie sich jetzt hinstellen und das kritisieren, das ist schon abenteuerlich, Herr Kollege Rock. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Bei einem Punkt sind wir sogar bei Ihnen, dass es für den Stromkunden im Moment ziemlich schwierig ist, zu durchschauen, was da eigentlich gerade Sache ist. Es ist wirklich eine Situation, die schwierig ist zu erklären, warum erneuerbare Energien immer günstiger werden und gleichzeitig man mehr für die Förderung von erneuerbaren Energien ausgeben muss. Das ist im EEG so angelegt, dass man auch die alten Anlagen mit drin hat. Der zweite Punkt, den viele Menschen wundert, ist, wie es eigentlich sein kann. Der Strom wird immer klimafreundlicher, aber die Abgaben auf den Strom werden immer mehr. Das ist eine absurde Situation, und das ist auch nicht richtig zur Steuerung, weil wir die Klimafreundlichkeit voranbringen wollen. Deswegen haben wir als GRÜNE die Länder und der Bund Vorschläge gemacht, wie wir das machen wollen würden, damit es für den Verbraucher bezüglich der Strompreise besser wird. Unser Vorschlag, und damit gehen wir sicherlich auch in die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene, ist, dass wir die Stromsteuer schaffen, wir reduzieren die EEG-Umlage, indem wir einerseits die Ausnahmen begrenzen, dass wirklich nur noch die energieintensive und im internationalen Wettbewerb stehende Industrie, die ausnahm begrenzen, wollen wir die Ausnahmen begrenzen. Die restlichen Ausnahmen, die wirklich die Industrie, die energieintensiv ist und im internationalen Wettbewerb steht, lösen, dass man das nicht mehr über das EEG und damit über den Steuerzahler, sondern über den Bundeshaushalt löst. Herr Kollege Rock, nachdem Sie sich immer so wunderbar über den nicht funktionierenden Zertifikatehandel echauffieren, wäre aus unserer Sicht auch ein CO2-Mindestpreis, wenn es in Deutschland nötig ist, weil der Zertifikatehandel nicht funktioniert. Wenn Sie immer der Meinung sind, dass man am besten über CO2 steuert, dann könnten Sie an diesem Punkt einmal auf unserer Seite stehen. Dann sollten wir gemeinsam einen CO2-Mindestpreis erfordern. Ich bin sehr gespannt, wie Sie sich dazu aufstellen werden. Unsere Vorschläge würden am Ende wirklich dem Stromzahler viel bringen. Das würde nämlich wirklich zu einer deutlichen Reduktion führen. Aber vor allem würde es die Energiewende beschleunigen und dem Klimaschutz helfen. Ich möchte jetzt noch meine letzten wenigen Worte, wenn ich das machen darf, Frau Kollegin... Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Nein, Sie müssen mir trotzdem ein Anliegen, Frau Präsidentin. ...meinem Kollegen Kreml widmen, der heute seine letzte Rede hält. Ich bin jetzt leider gerade vor ihn gerutscht. Lieber Timon, ich wollte dir sagen, dass es immer wunderbar war, mit dir für die Energiewende so engagiert zu streiten, dass es ein ganz besonderes, angenehmes Verhältnis war kollegial, dass man immer das eine oder andere jenseits dieses parlamentarischen Betriebes und der Rollen als Opposition und Regierung besprechen konnte und eine gute Basis hatte. Ich bin mir sicher, dass auf Bundesebene jemand sein wird, der weiterhin für die Energiewende sehr engagiert kämpft. Da freue ich mich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Gremmels. Herr Kollege, Sie haben das Mikrofon. Ich freue mich, dass wir heute noch einmal Ihre Stimme im Hessischen Landtag hören können. Frau Dorn, vielen Dank für die netten Worte, liebe Angela. Aber es war sehr geschickt. Jetzt musste meine ganze Fraktion am Ende klatschen. Aber gut gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich aber auch nicht nur bei Angela Dorn für die netten Worte bedanken, sondern auch bei der FDP und bei dir, lieber René, dass du mir noch einmal die Chance gibst, mit eurem Setzpunkt heute zum Thema EG zu reden. Das war sehr großzügig. Günter Rudolph hätte mir heute Morgen keine Redezeit gegeben. Insofern danke auf die FDP, es in der Frage verlassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist aber auch noch einmal nötig. Bei der FDP habe ich das Gefühl, dass die letzten acht Jahre woanders waren. Denn die Diskussion, die wir hier über die Frage EG geführt haben, und wie es funktioniert, und was der Unterschied zwischen einer Steuer, einer Abgabe und einer Umlage ist – ich glaube, Herr Rock, entweder Sie haben es nicht verstanden oder Sie wollen es nicht verstehen. Insofern haben Sie jetzt noch einmal eine gute Gelegenheit. Die EG-Umlage ist etwas, was jeder Verbraucher zahlt. Die Industrie ist in einigen Bereichen ausgenommen. Das ist so. Aber aus meiner Sicht ist es auch transparent und sicher. Ja, wir haben es gemacht. Wir stehen zur Urheberschaft. Das war Hermann Scheer, und das war der Kollege von den GRÜNEN, der das maßgeblich mitentwickelt haben. Wir stehen dazu. Wir sind auch stolz darauf. Das war nämlich eine richtige Methode, um dem Atomausstieg etwas entgegenzuhalten, nämlich einer Energiewende, die nachhaltig, die zentral geprägt ist. Wir als Sozialdemokraten sind stolz darauf, dass wir die Energiewende so mitgestalten konnten. Sehr verehrte Damen und Herren, ich bin sehr dafür, dass wir endlich anfangen, Äpfel mit Äpfel zu vergleichen. Wenn wir endlich einmal eine Vollkostenrechnung machen, wenn wir in den Strompreis einpreisen, was Kohle und Atom an Folgekosten, an Subventionen und in den letzten Jahren an Steuermittel bekommen haben, haben Sie eine Umlage, die deutlich höher ist als das EEG. Auch das gehört zur Wahrheit. Auch das muss hier gesagt werden. Ich kann Ihnen sagen, dass ich selbst überrascht bin. Ich habe einmal geschaut, als ich vor acht Jahren in diesem Hause angefangen habe, wie es da um den Ausbau der erneuerbaren Energien bestellt war. Da hatten wir so einen Anteil erneuerbarer Energien im einstelligen Bereich. Das war noch eine Nische. Das wurde noch belächelt. Heute sind wir bei 25 bis 30 % je nach Region. Der Anteil erneuerbarer Energie an der Stromerstehung, das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Wir wollen nachhaltig, wir wollen erneuerbar, und wir wollen auch eine Industrie. Wir wollen erneuerbare Energien, die Arbeitsplätze vor Ort schaffen, gut bezahlte Arbeitsplätze, die hier geschaffen werden. Das hat auch etwas mit Energiewende zu tun, so wie wir uns sozialdemokratisch vorstellen. Die Energiegenossenschaften, die landauf, landab, gegründet werden, sage ich auch. Vielleicht gebe ich Ihnen als Tipp mit, wenn Sie jetzt Koalitionsverhandlungen führen, noch einmal die Frage stellen, was eine Energiegenossenschaft ist und wie man sie ordentlich beteiligen kann. Da liegt noch ein bisschen was im Argen. Die Grundidee ist richtig, zu sagen, dass wir Menschen daran beteiligen, dass sie auch ihre eigenen Stromerzeuger werden, und zwar im Großen, indem sie sich als Energiegenossen an Windkraftparks beteiligen kann, aber auch im Kleinen. Herr Rock, es ist doch ein Ammmärchen, was Sie hier verbreiten, dass Strom immer teurer wird. Sie können das auch preiswert haben. Wenn Sie ein Mietstrommodell, eine Mietanlage auf dem Dach haben, im Mietshaus, dann können Sie den Strom, der da produziert wird, preiswerter als beim Energieversorgungsunternehmen. Das ist sozialdemokratische Energiepolitik. Wir wollen auch für den kleinen Geldbeutel Strom anbieten. Da gibt es Mietstrommodelle. Das ist der richtige Weg. Das muss ausgebaut werden. Dann ist die Energiewende auch ein sozial gerechtes Thema. Dafür stehen wir Sozialdemokraten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage Ihnen, wenn Sie hier sagen, die Bundestagswahl wäre in irgendeiner Weise eine Abrechnung mit der Energiepolitik. Ich habe jetzt einmal bei mir geschaut. Ich habe in meinem Wahlkreis, wo übrigens mehr Windkraftanlagen stehen, als jemals im Rhein-Az-Wald gebaut werden, die einfache Mehrheit der Stimmen – absolut arbeite ich noch daran – mit einem riesengroßen Abstand zum Mitbewerb der CDU und mit einem meilenweiten Abstand zum Kollegen der FDP gewonnen. Wenn man zur Energiewende steht, wenn man das ordentlich macht, dann kann man auch Wahlkreise gewinnen. Sehr geehrter Herr Rock, da können Sie in Nordhessen mal hingucken. Auch im Nachbarwahlkreis Waldeck hat die Kollegin mit einer klaren Position gehalten, obwohl es dort auch das Thema ein strittiges ist. Es ist auch okay, dass man darüber streiten kann und unterschiedliche Meinungen haben kann. Aber ich sage Ihnen, die Energiewende ist etwas, worauf ich stolz bin, in den letzten fünf oder acht Jahren daran mitgearbeitet zu haben. Frau Präsidentin, ich versuche jetzt noch einmal, die Kurve zu bekommen, weil es ist meine … Entschuldigung, Sie haben gewechselt. Man hat ja hinten keine Augen. Ursula, so ist es mir auch viel lieber, dir direkt in die Augen zu schauen. Das war ein Thema, das wir maßgeblich gemeinsam bearbeitet haben. Ich habe mein Büro gerade aufgeräumt. Ich habe etwas gefunden, und zwar ein Atomkraftwerkequartett. Ich weiß immer noch nicht heute, ob das ernst ist. Hast du mir das einmal geschenkt? Ach so. Aber ich fand es spannend. Beim Aufräumen ist es mir in die Hände gefallen, und ich schenke es gleich weiter. Das ist ein Atomkraftwerkequintett. Das Schöne an diesem Quartett ist, dass es im Prinzip, wenn man aber schaut, auch so an meine politische Sozialisation widerspiegelt. Also, Tschernobyl, übrigens Supergau. Das war der Punkt, an dem ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren. Mit zehn Jahren war es relativ früh. Ich bin dann zum Jusos gegangen. Aber seitdem habe ich für die Energiewende gestritten. Dann, im Jahr 2011, Fukushima. Das war zum einen ein großes Drama und eine Riesenkatastrophe. Aber das sage ich jetzt auch an dieser Stelle. Es war für mich als neuen Oppositionsabgeordneter auch eine Chance, in einem Bereich mitzuarbeiten. Aus meiner Sicht kann man über alle Formen streiten, aber es doch hinbekommen haben, uns in Hessen vom Atomkraftwerk Biblis zu trennen und diese Kraftwerke abzuschalten. Das war der richtige Weg. Ich sage hier ganz selbstbewusst, das war auch eine sozialdemokratische Errungenschaft. Da haben wir, meine Kollegen, ich, mein Kollege Norbert Schmitt und viele andere mehr, über... Es ist ja gerade spannend, dass gerade die CDU jetzt hier aufmault, wenn ich sage, dass es mit unser Erfolg war. Ich habe heute meinen großzügigen Tag. Gerne dürfen Sie jetzt auch laut mit aufschreiben und sagen, wir haben das alle gemeinsam gemacht. Ich habe meine letzte Rede hier im Hessischen Landtag. Ich bin großzügig. Ich kann nur sagen, es wird für mich, in meinem Rückblick auf die acht Jahre Landtag, eine sehr spannende Zeit. Ehrlich gesagt, ich fand es auch sehr spannend, damals in der Arbeitsgruppe, die Frau Puttrich und Herr Al-Wazir zum hessischen Energiegipfel geleitet haben. Seitdem war mir eigentlich klar, dass Schwarz-Grün eine Option in Hessen ist. Also, ich war nicht so völlig überrascht. Ich saß ja mit Herrn Rock. Wir saßen ja Seite an Seite und haben uns damals... Ja, genau. Aber das war eine spannende Zeit. Ich habe viel gelernt. Es waren auch immer kollegial sehr schöne Zeiten. Wir hatten auch immer guten Austausch. Was ich auch wichtig und gut fand, ist, dass ich in all den Jahren noch keinen Ordnungsruf bekommen habe. Ich bin ja auch einer, der eher temperamentvoll ist. Ja, ich will es auch heute nicht produzieren. Das hebe ich mir für den Bundestag auf. Ich möchte mich bei allen Kollegen ganz herzlich bedanken. Eines ist mir noch wichtig. Man kann aus der Opposition heraus etwas bewegen. Die Opposition ist nicht nur Mist. Die Opposition macht auch Spaß, und man kann auch etwas bewegen. Frau Puttrich ist leider nicht da. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Heinz Lotz spielt da eine Rolle, weil er mit einer Kleinen Anfrage – ich habe vorhin Tüffelschwein gesagt, das nehme ich jetzt aber zurück – weil der Heinz Lotz beim Thema etwas gefunden hat, hat einmal gefragt, ob es in Hessen etwas wie Fracking geplant ist. Dann musste die Landesregierung einräumen, dass es in Nordhessen einen Antrag gibt einer Firma, die da suchen will. Wir haben dann mit parlamentarischen Tricks es geschafft, eine Anhörung des Hessischen Landtags in Kassel im Regierungspräsidium durchzuführen. Wir hatten vorher eine immens große Demo vor dem Raum. Das ist die einzige Anhörung, die ich in den acht Jahren erlebt habe, in der die Ministerin, so war mein Gefühl, mit dem Willen, das Fracking-Verfahren durchzuziehen und mit der Überzeugung, das Fracking-Verfahren zu stoppen. Man hat unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich versuche doch, hier gerade Brücken zu bauen. Mein Eindruck war, dass das ein Punkt war, wo die CDU lernfähig war und wo wir finden, dass wir aus der Opposition sind. Dann lassen Sie mich so sagen, wo wir aus der Opposition zumindest einen Impuls gegeben haben, der nicht schädlich war. Ich würde es für mich positiver formulieren und mir da einen größeren Anteil beimessen. Aber das sind subjektive Blicke auf die Zeit. Die acht Jahre im Landtag gehen jetzt zu Ende. Ich bedanke allen Kolleginnen und Kollegen für den guten Streit, den menschlich-fairen Streit und den ordentlichen Umgang weitestgehend. Ich weiß, Herr Reif und ich haben uns im Wirtschaftsausschuss öfter einmal behakt. Ich weiß, als Delegationsleiter der Partnerschaft der Parlamente hatten wir wunderbare Begegnungen und Gespräche. Es war manchmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich danke Ihnen allen. Ich wünsche dem Hessischen Landtag, dass er ein streitbares Parlament bleibt. Ich finde das nämlich kein Schimpfwort, dass wir ein streitbares Parlament sind. Dass wir uns ordentlich aneinander ringen und abarbeiten, dass Argumente noch ausgetauscht werden, dass Zwischenrufe kommen. Ich werde den einen oder anderen Zwischenrufer vermissen. Die Kollegen in Berlin können Sie vorwarnen. Ich bin ein lauter Zwischenrufer. Das will ich auch in Berlin sein. In diesem Sinne alles, alles Gute. Vielen Dank und Glück auf. Danke, Herr Gremmels. Timo, bleiben wir eben noch einmal hier. Es ist offensichtlich die letzte Rede des Abg. Gremmels, für das Amt, das ich jetzt hier gerade einmal vertrete, also für den Hessischen Landtag, damit du auch in Berlin weißt, was die Stunde geschlagen hat. Ich habe leider keinen Anlass gefunden, dich zu rügen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wir fahren fort in der Debatte. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Landau das Wort. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Bis zum Jahr 2000, als das EEG erstmals in Kraft trat, nahm die erneuerbaren Energien ein Nischendasein ein. Mit dem Gesetz wurde gleichsam, man kann das schon mit der Dampfkraft vergleichen, eine Art industrielle Revolution ein. Man schaffte es, dass diese nachhaltige Energieerzeugung in der Folgezeit einmal für den Massenmarkt kompatibel und auch finanzierbar wurde. Das war die Ausgangssituation, die ich hier einfach deshalb einmal gerne vortragen will, weil sie sozusagen in der Momentaufnahme, die die FDP für heute liefert, eigentlich nicht vorkommt. Ich will damit einfach nur das EEG mit all seinen Verwerfungen, die es möglicherweise hat, auch ein ganzes Stück weit würdigen. Das EEG hatte damals und es hat heute immer noch eine Rolle zu spielen. Wir haben uns mit ihr auf den Weg in die Energiewende begeben. Es war sozusagen das Leitwerk der Energiewende. Aber wir können natürlich heute auch feststellen, und insofern hat die FDP natürlich auch nicht völlig Unrecht, die Situation von damals und heute hat sich verändert. Es sind damals Ziele formuliert worden, wo wir heute feststellen können, dass wir sie zu einem großen Teil erreicht haben. Ich hatte es ja gesagt, ein Stück weit brauchen wir das EEG noch, weil wir noch nicht alle Ziele vollständig erreicht haben. Aber wir müssen natürlich nach vielen Jahren jetzt erkennen, dass es an der Zeit ist, das EEG zu modifizieren und den aktuellen Verhältnissen anzupassen. Wir können heute erst einmal feststellen, es liefert 200 Milliarden Kilowattstunden Energie. Das ist schon einmal etwas, wo man anerkennend sagen muss, ja, es hat gewirkt, es hat uns ein großes Stück vorangebracht. Nun müssen wir schauen, dass wir dieses EEG so modifizieren, dass wir den Erfolg, den es schon in sich trägt, auch ein Stück weit zum Abgau und zur Rückführung nutzen. Die CDU als Partei, nicht die CDU-Landtagsfraktion, hat eine Position erarbeitet, die so ungefähr heißt, dass wir ab 2021 die neuen erneuerbaren Energienanlagen aus der Förderung herausnehmen, weil wir einfach feststellen müssen, dass sie inzwischen eine Marktfähigkeit erreicht haben. Das war uns immer wichtig. Wir wollten eine marktwirtschaftliche Heranführung des Ganzen erreichen. Anders ausgedrückt, wir sind nicht und nie gegen erneuerbare Energien. Aber wir haben vielleicht den einen oder anderen Vorbehalt, ob das EEG in seiner alten Form so noch für die Zukunft tauglich ist. Ein erster Schritt ist schon mit der Novelle, die im letzten Jahr beschlossen worden ist, zum Januar dieses Jahres gegriffen hat, die das Ausschreibungsgebot in sich trägt, genau in unserem Sinne durchgeführt worden. Das ist teilweise mit erstaunlichen Ergebnissen. Wenn man einmal schaut, wo die Förderbeträge liegen, dann können wir feststellen, dass sie enorm heruntergegangen sind. Umso erstaunlicher ist es zumindest in einem flüchtigen Blick, dass die für dieses Jahr festgelegte Umlage noch immer ein Stück weiter höher liegt. Da muss man aber sagen, die einseitige Betrachtung der EEG-Umlage hilft da nicht weiter, liebe FDP. Wir müssen natürlich auch ein paar begleitende Faktoren und andere Umstände mit heranziehen. Sie sind teilweise schon angesprochen worden, warum da noch immer eine Differenz ist. Sie ist deshalb nicht gleich, weil wir zum einen einen stark oder massiv abgesunkenen Strompreis an der Börse haben. Wir haben nicht die CO2-Preise, wie wir sie bräuchten. Wir haben natürlich noch im Nachgang einen enormen Zuwachs an erneuerbare Energienanlagen, die in der alten Finanzierung stecken und die natürlich immer noch dafür sorgen, dass wir nicht bei den aktuellen Ausschreibergebnissen in der Umlage, die der Verbraucher zu zahlen hat, angekommen sind. Aber das sollte unser Ziel sein. Liebe FDP, wenn Sie das EEG schlechtreden und wenn Sie es von heute auf morgen am liebsten abschaffen wollen ... Mathias Wagner-Fraktion Nein, ich habe eben gesagt, in der Perspektive auslaufen lassen. Das ist etwas völlig anderes als sozusagen der überhastete Ausstieg. Ich bin da sicher, dass wir sogar die GRÜNEN an der Seite haben, weil auch Sie irgendwann einfach erkennen müssen, dass die neuen Energien eine Anschubförderung bedurft haben, aber immer weniger notwendig ist, weil sich die Anlagen selbst tragen. Liebe FDP, was ich aber eben sagen wollte, da waren Sie maßgeblich auch daran beteiligt. Die CDU war dem auch immer sehr aufgeschlossen. Aber es hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die EEG-Umlage für den einzelnen Verbraucher angestiegen ist. Das sind die sogenannten privilegierten Letztverbraucher. Was ist damit gemeint? Das sind energieintensive Industrieunternehmen, die die Umlage nicht in voller Höhe zahlen müssen. Da haben wir alle miteinander gesagt, die FDP wie wir auch, ja, das gehen wir ein, weil wir die Wettbewerbsfähigkeit hiesiger Unternehmen in diesem Bereich der Energie nicht gefährden wollen. Aber es bedeutet natürlich auch, und das ist ein Stück der ganzen Wahrheit, dass die übrig gebliebenen Verbraucher dann natürlich die Förderkosten erhöht zu tragen haben. Das ist auch einer der Gründe. Wenn ich mir Ihre Anträge anschaue, und deshalb führe ich das ja hier auch alles an, vermisse ich diese Aspekte, dass Sie sie einmal vortragen. Denn sie gehören dazu, wenn Sie den Menschen erzählen, das EEG macht ihren Strom teurer. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein wenig zu dem zweiten Antrag sagen, den Sie jetzt noch eingebracht haben. Da muss ich sagen, haben Sie mir schlicht die Luft vom Reifen gelassen. So einen Antrag einzubringen, da hätte ich Ihnen mehr Stil und anderes zugetraut, als das, was Sie mit dem Antrag geäußert haben. Da werfen Sie zum einen vor, wir, insbesondere die CDU als Teil der Regierung, wir würden die Energiewende durchdrücken wollen. Sie haben es ja noch einmal gesagt, wir hören nicht auf den Bürger, auf die Vorbehalte, die Einwände, die Bedenken der Bürger, sondern wir drücken es durch. Dann will ich Ihnen erst einmal sagen, wir hier in Hessen haben uns mit der FDP zusammen auf den Weg gemacht. Sie haben am Energiegipfel mitgearbeitet. Sie haben dem 2-Prozent-Ziel zugestimmt. Ich verstehe nicht, warum Sie das heute irgendwie vergessen wollen. Sonst würden Sie nicht zu solchen Äußerungen kommen. Wir haben uns damals auch darauf verständigt, dass wir den Bürger mitnehmen wollen, dass wir ihn frühzeitig beteiligen wollen. Wir haben auf jeden Fall eine Plattform geschaffen, wo wir die Bürger über all das, was die Energiewende bedeutet, auch für sie letztlich, informieren und ihnen auch sagen, wie die nächsten Schritte aussehen. Wir haben auch eine Plattform, um mit ihnen in die Diskussion einzutreten. Das haben wir gemacht. Insofern können Sie uns nicht vorwerfen, dass wir da überhaupt nicht drauf eingehen. Ein zweites will ich sagen, und das ist noch Hane Büchner. Sie haben es nicht so formuliert, aber ich sage es einmal mit scharfen Worten. Sie sagen, wir nutzen dann noch Polizeigewalt, um Baustellen für erneuerbare Energieanlagen gegenüber den Bürger und vielleicht protestierenden Bürgerinitiativen durchzudrücken. So eine Äußerung von der selbsternannten Rechtsstaatspartei finde ich höchst bedenklich. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Sie führen an anderer Stelle immer völlig zu Recht aus, dass wir uns an Recht und Gesetz halten müssen. Wenn jetzt eine Windkraftanlage im Wald errichtet wird und alle Genehmigungen vorliegen, Gerichtsbeschlüsse positiv für dieses Projekt ausfallen und dann aber eine Verhinderung von Bürgerinitiativen vor Ort stattfindet, dann muss am Ende schon erlaubt sein, dort polizeilich tätig zu werden. Ich sage Ihnen und behaupte, da mag so ein Fahrzeug gewesen sein, aber am Ende stelle ich fest, auch für diese Regierung, der Einsatz war äußerst verhältnismäßig, er war äußerst zurückhaltend. Er sollte lediglich dafür sorgen, dass dort Recht und Gesetz zur Geltung kommen, wie an anderer Stelle auch, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb verstehe ich nicht, dass Sie so etwas als auch einen Anlass Ihres Antrags hier formulieren. Herr Landau, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ich will dann die letzten 20 Sekunden natürlich auch nutzen. Herr Gremmels, ja doch, er ist noch da. Wir beide haben viel Übereinstimmung in Position gehabt. Wir hatten aber auch manchen deutlichen Dissens. Ich glaube, das gilt auch für alle anderen, was wir immer hinbekommen haben. Wir haben uns immer an der Sache auseinandergesetzt. Wir haben uns Argumenten, die du hattest, die ich hatte, abgearbeitet. Manchmal sind wir im Nachhinein zu veränderten Positionen gekommen, manchmal eben auch nicht. Aber das hat das Menschliche nie beeinträchtigt. Das muss ich schon sagen, habe ich sehr an dir geschätzt. Was ich auch vermissen werde, ist, wenn man die Landtagsprotokolle der Vergangenheit gelesen hat. Das sind ja in den Wortprotokollen immer in anderer Schrift und in eckiger Klammer immer die Einwürfe, die Zwischenrufe. Unsere werden deutlich langweiliger werden, weil deine einfach fehlen. Ja, das warst halt du. Ich wünsche dir allen ganz persönlich Erfolg für Berlin und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Heiterkeit für die Aufmerksamkeit. Ich bin so, Herr Vorsitzender.